Es ist eine echt runde Sache geworden, Emotionen und Fußball zum Anfassen, genau für die Zielgruppe. Das ist, muss ich wirklich sagen, einzigartig in Deutschland, das ist bei keinem Verein so. Richtig klasse, von den Fachhandwerkern selber initiiert. Und wir haben das aufgegriffen, es ist eine riesen Erfolgsgeschichte geworden. Ganz viele Unternehmer haben gesagt, wir machen das, wir nehmen Tickets und wir nehmen dann auch mal einen guten Kunden mit oder einen verdienten Mitarbeiter. Wir haben das ja begonnen zu einer Zeit, wo wir sportlich noch nicht so durchgestartet waren und haben eigentlich sehr schnell gemerkt, dass der Ansatz, dass wir mit Handwerkern selber das Produkt entwickelt haben, eigentlich genau der richtige war. Und mit Wolf haben wir natürlich einen tollen Partner gefunden, der jetzt auch der Namensgeber ist und jetzt nimmt das Ding richtig Fahrt auf. Ich denke, die Fortuna vertritt Werte, die eigentlich sehr gut auch zu unseren Werten passen. Das ist ehrlich, bodenständig, aber hohe Qualität. Man darf das nicht laut sagen, aber hier werden die Geschäfte gemacht. Wenn Unternehmer zusammenkommen, dann spricht man auch über das Geschäft und da entstehen viele gute gemeinsame Ideen. Wir müssen natürlich an der Stelle auch D-Life danken, dass wir diese Möglichkeit hier haben, den neuer Bereich zu schaffen. Das ist auch das erste Mal, dass Fortuna Düsseldorf hier einen neuen Bereich geschafft hat. Ja, das ist eine rundumrunde Sache.